Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin Söder Doomsday. Willkommen zur zweiten Folge von Gears Tactics. Ja, wir sind letztens stehen geblieben, als wir die erste Mission geschafft haben. Jetzt befinden wir uns im Hauptquartier sozusagen und schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um, würde ich sagen. Also, wir haben erstmal eine Kiste. Die werden wir jetzt erstmal aufmachen. Beansprung. Äh, Kiste öffnen. Wir haben ein Präzisionsmagazin bekommen. Plus 7 Genauigkeitsbonus. Minus 1 Munition. Okay. Erfolge dem roten Dreiecken in der Kaserne, um neue Upgrades auszurüsten. Alles klar. Dann gehen wir mal in die Kaserne. So, wir haben hier Gabe Diaz und Sid. Redburn, genau. So, was können wir denn hier machen? Wir haben bei ihm zum Beispiel eine neue... Ah, seine Modifikationen sind das Magazin. Macht 47% Genauigkeitsbonus. Aber nur noch 3 Schuss. Hm, will ich das? Was haben wir hier? Das auf jeden Fall. Gibt 45% Ausrüstung. Äh, Genauigkeit Ausrüstung. Was hat er? Okay. Das nehmen wir. Läufe. Auch besser. So. Aber... Was gibt es hier noch? Farbe. Okay, man kann Farbe einstellen. Äh, nett. Hätte ich gern rot. Und bei ihm machen wir mal... Gold oder Gelb. So. Können wir das T-Shirt ändern? Das bringt ja nicht so viel, ne? Würde ich jetzt mal meinen. Okay. Haben wir jetzt hier erstmal alles. Dann würde ich sagen... Machen. Aber in die nächste Mission. Akt 1 Kapitel 2. Zurückgelassen. Äh, absolviere die Mission ohne, dass ein Gier niedergeschlagen oder getötet wurde. Keine Modifikation. Belohnung. Belohnung. Okay. Ähm. Ausrüstung haben wir. Bluttergranate. Stimgranate. Ja, können wir eigentlich so lassen erstmal. Also, wie es aussieht, können wir vier Leute mit in den Kampf nehmen. Im Moment haben wir nur zwei. Also, let's go. Einige deiner Einheiten haben verfügbare Fähigkeitspunkte. Wähle Anpassen aus Fähigkeitspunkten zu benutzen, bevor du auf eine Mission gehst. Ach echt? Verarbeiten. Fähigkeitsbauen. Oh. Mit steigendem Level erhalten deine Einheiten Fähigkeitspunkte. Nutze Fähigkeitspunkte, um neue passive und aktive Fähigkeiten freizuschalten. Für den Abschluss von Kampagnenmissionen erhältst du Rücksetzungsmarken. Mit einer Rücksetzungsmarke erhältst du einen Fähigkeitspunkt an der Einheit zurück. Ah ja, mal gucken. Äh, nein. Ah. Das finde ich schon mal gut. Eine Einheit aktiviert wird, der Halt verbindet er zur Person von seinen Chancen. Okay. Wenn der Gegner tötet, wird die Abklingzeit ihrer Fähigkeit her in den Siegergriffen 1. Warte mal, dann machen wir das hier. So. Hat da... Dings dieselben Fähigkeiten? Naja, hat andere. Bündel oder Entdeckung erhältst du wahrscheinlich eine Chance auf Ausweichen. Das Ziel finde ich auch gut. Aber dann kann man wahrscheinlich nur aus 4 wählen, wa? Okay. Na dann. Auf zur Mission. Einige deiner Einheiten haben verfügbare Waffenmods. Nein, muss er gar nicht. Was ich nur nicht ausgerüstet habe. Ja, wie die hier zum Beispiel. Äh. Ne, halt. Zurück. Magazin. Ja, war's glaube ich gar nicht. Ne. Ist ja euch doch egal. Weiter. Action. Akt 1, Kapitel 2. Maldea ist jetzt eine Geisterstadt. Unsere Rekrutierungsoptionen sind spärlich. Unsere beste Chance ist die Einheit Echo Five in der Nähe. Statten wir ihnen einen Besuch ab. Oh, muss ich nicht vorne. Das finde ich gut. Let's go. Wir müssen diesen ganzen Trupp für unsere Madenjagd befehligen. Das wird gar nicht leicht. Mach dir keine Sorgen. Ich hab da eine schöne Rede vorbereitet. Ja. Das hatte ich befürchtet. Da vorne. Hey, wir sind hier! Okay, ihr Hübschen. Zugehört. Shit. Alle noch in einem Stück? Wir suchen nach Echo Five. Das sind wir, Sir. Maden haben uns angegriffen. Ein Stück die Straße lang. Kam aus dem Nichts. Alles klar, ihr kommt mit uns. Suchen wir eure Leute. Hoffen wir mal, dass vom Trupp noch was übrig ist. Ah, mit zwei neuen Mitglieder. Das ging ja schnell. Verflucht. Niemand mehr übrig. Wir sollten uns den Ort des Hinterhalts ansehen. Vielleicht finden wir eine Spur von den Gears. Oh, meine Maus war zu weit oben. Ich hab gerade wunderbar, wenn die Kameras weit nach oben fährt. Lol. Na gut. Aber wie man da schon sieht, ist da ein Erdloch. Und es heißt, wir werden dann Gegner kommen. Auf dem Weg. Tut dann. Tut dann. Tut dann. Immer noch Maden hier. Macht sie platt. Hättet verschwinden sollen, als ihr die Chance hattet. Na. Na? Kannst du mal Overwatch machen? Halte die Augen offen. Was macht er? Okay. Das sieht witzig aus, aber im Moment ist es kacke. Da haben wir irgendwo einen kleinen Bug. Dann müssen wir mal neu starten. Ja, kein Spiel ist perfekt. Aldea ist jetzt eine Geisterstadt. Unsere Rekrutierungsoptionen sind spärlich. Unsere beste Chance ist die Einheit Echo Five in der Nähe. Statten wir ihnen einen Besuch ab. Machen wir es jetzt einfach noch einmal. Verflucht. Niemand mehr übrig. Wir sollten uns den Ort des Hinterhalts ansehen. Vielleicht finden wir eine Spur von den Gears. Immer noch Maden hier. Macht sie platt. Hättet verschwinden sollen, als ihr die Chance hattet. Verstetigt. So, er hat keinen Punkt mehr. Warte ab. Wer hat noch? Das heißt, wir machen auch ein Overwatch-Chillen. Ich sichere den Bereich hier. Schaub nur her, ihr Wichser. So, ob es jetzt klappt. Überlegst ihr besser nochmal. Oh, das ist eine Kiste. Das wird klasse. Können wir ihn gleich weghauen? Na, fast zumindest. Kommt, finde und finde schon wieder ihn gleich. Verstand. Ziel erledigt. Was ist das, wie viel genau ich? Zehn Prozent. Den trifft er nicht. Okay. Dann geh du mal... Hm. Wir machen nochmal Overwatch. Ich halte die Augen offen. Du, gehst da rein. Auf dem Weg. Mhm. Um ihn zu schützen, mache ich jetzt hier einfach mal Kauberwatch hin. Augen aufs Ziel. Magen auf dem Vormarsch. Ich mach das schon eine lange Zeit. Keine Munition. Ey, ey, ey. Ruhig. Erledigen wir das. Ey, du hast den Granat, das ist schlecht. Er hat O-Watch, gell? Scheiße, war erster mich. Alter, Ausschau. Ach so. Du hast die Plitter-Granade. Werfe Granate. Dafür kriegst du bestimmten Orden. Hm. Oh, war ich gesehen. Verstand. Hörer klar und deutlich. Du hast den Nate. Funk-Truck voraus. Wollen wir den Rest von Echo 5 finden? Sollten wir dort mit Suchen anfangen. Weiter hab ich es leider nicht. Machen wir es mal so. Laufel Granate! Du bist Geschichte! So, und du? Tarnung. Ich hätte bis zum nächsten Zugang vielleicht verborgen. Bleib für den Gegner unsichtbar, bis sie eine Aktion oder Interaktion ausführt. Okay. Ja, dann. Ah, ja, das Rupflinde, okay. Ah, schade. Na gut. Granate raus! Ziel ausgeschaltet. Alles im Blick. So. Eingraben, da kommen sie. Zeit, was für unser Geld zu tun. Letzt mal nach. Und los geht's. Was? Gehst du da hin? Du darfst nicht treffen, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich hier rum kann. Denke ich trotzdem mal mit ihm. Naja, anscheinend nicht. Na gut. Mach ich da jetzt mit dir am besten. Triffst du ihn? Oh ja. Dann. Okay. Erwischt! Ist erstanden. Ja. So, geht's dann auch mal. So. Ich bin bereit für die. Bereit für die Konfrontation! Sind jetzt alle rein, oder? Maden haben diese Gears überrascht. Zumindest ihre Tags bringen wir nach Hause. Verstanden. Überwache die Umgebung. Ärger im Anmarsch. Maden auf 12 Uhr. Okay. Komm mal hin, Digga. Komm mal hin, Digga. Bereit oder nicht, ihr Penner? Ich will mal so nass'n, du. Du hast voll. Gehst du mal bitte. Und unterwegs. Ich halte die Augen offen. Du nimmst mal die Kiste. Hab hier Ausrüstung gefunden. Machst du auch nochmal Overwatch. Und zwar so. Ich halte die Augen offen. Yep. Hm. Da kommen sie auch, gell. Das heißt, wir gehen hier hin. Du machst Overwatch in die Richtung. Überwache die Umgebung. Und du? Machst du auch mal hier mit Overwatch. Äh. Ach so. Alles im Blick. Bleib schnallen, Leute. Ausgangsloch. Feist jetzt nicht das. Fühle jetzt. Gute Arbeit. Flechte Idee, Maden. Das ist so cool. Versuch den Scheiß Plus nochmal. Erwischt. Gott geht die weit, ey. Ich hab hier einen Kriecher. Geif an. Oh, ernsthaft. Feind am Boden. Oh. Das ist jetzt richtig schlecht. Wow. Okay, bist getroffen. Ernsthaft? Mhm. Ist das frech, ey. Keine Munition. War das schon alles? Gibt mir Deckung. Ich lade nach. Wiederbeleben. Sofort. Ey, das ist gemein. Ich hab noch Reserven. Was muss ich dem geben? Mir geht's schon besser. Ja, ja, ja. Irgendwann aus dem Weg. Ey, das überlebt der. Kann nicht wahr sein. Puh, ja. Dann ihn hier, bitte. Oh ja, natürlich. Hättet, glaub ich, drückziehen sollen, ne? Oh, weißt du, kann man hoch? Das sind ganz schön viele Gegner, ey. Das ist ihre Kallengeschäft. Das wird nix. Das wird nix. Sind braucht Hilfe. Oh, ein Schaden, ey. Ich hab hier nicht viel Zeit. Hab hier den Kriecher. Hm. Toll. Ich höre. Das wird echt nix, ey. Ich glaub, die Mission ist verkackt. Werde nachladen. Lass sie nur kommen. Wiederbeleben. Mein Team braucht mich. Bei dem kann ich nix machen. Das wird schon wieder. Wobei, du bist nicht im... Na, wobei, sie werden ihn angreifen. Deswegen. Machen wir es mal. Halt er ausschau. Mit dir kann ich nachher nix machen. Viel Zeit hat er nicht mehr. Schade. Äh, zu Ben. Ach, jetzt kommt noch mehr. Ich hab dir eine Granate reinwerfen müssen, ne? Außer Betrieb. Boah, das war Eigenbeschuss. Mein eigener Mann hat ihn getötet. Ah, herrlich. All der ist jetzt eine Geisterstadt. Unsere Rekrutierungsoptionen sind spärlich. Unsere beste Chance ist die Einheit Echo Five in der Nähe. Echt? Komplett von vorne. Verstatten wir ihnen einen Besuch ab. Übel. Ne, doch nicht. So Leute, wir bleiben jetzt erstmal hier. Das mache ich jetzt nicht nochmal mit. Halte Ausschau. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Warte, wobei. Ah, kann keine Granate nutzen. Schade. Das mache ich jetzt bitte mal hier hoch. Ich hab gar nicht gesehen, dass man da hochkommt, ey. So. Kannst du den da treffen? Mach'n wir. Alles schön. Ich hab' die Granate vielleicht am Anfang ein bisschen aufheben sollen, ne? Gute Aktion. Immer noch Maden hier. Macht sie platt. Hättet verschwinden sollen, als ihr die Chance hattet. Zählen wir dich. Überraschung. Passt keine Munition mehr. Ach, hier, ich bin hier. Ich bin hier. Halt mal an! Oh Gott, Peter. Komm mal hin. Stimmgranate. Du hast keine Munition mehr! Ihn hier müssen wir treffen. Ich muss nachladen! Halte Ausschau! Ey, das soll ja ewig dich an, ne? Ich hör zu. Triffst du den? Jawoll. Munition wird knapp! Lade mal nach. Ja. Ich muss nachladen. Ey. Scanne jetzt! Bereit machen! Ich kann leider noch keine Granate reinwerfen. Fühle! Weitere Sächte! Weiter zu! Würde das Ding mal jemand an die Leine nehmen? Die können aber auch weit laufen, ey. Die Klauen haben mich erwischt! Keine Fresse. Stim Granate. Müssen wir das mal hier ausschalten. Alles in Sack und Tüten. Ne, den da bitte. Munition geht zur Neige! Nachgeladen! Verstanden! Speer auf Standby! Ich glaube, ich treffe meinen eigenen jetzt nicht. Keine Munition mehr! Das ist schlecht. Okay, lade nach! Ziel ausgeschaltet! So. Du musst nachladen. Startklar! So, dann muss ich dich erstmal ausschalten. Scheiße, ohne Ende! Meine Fresse. Ich halte die Augen offen! Ich höre! 100% ist gut! Eine Male weniger! Ah, okay. Schlecht. Guckst du den? Ja, wohl. Augen auf! Da kommt noch eine Welle! Oh, das scheint's gewesen zu sein. Ich mach das schon ne lange Zeit. Oh, was jetzt? Gehen sie von hinten? Boah. Die übertreiben's aber ganz schön, kann das sein. Ach, wer ernst! Erledigt! Auf dem Weg! Ja! Auf dem Weg! Ja! Auf dem Weg! Ja! Ich halte die Augen offen! Du nimmst jetzt mal die Küste! Du nimmst jetzt mal die Küste! War das schon alles? Könnte was Gutes sein! Augen aufs Ziel! Auf dem Weg! Auf dem Weg! Ich komm nicht so weit! Das war's! Na dann! Hau mal die 3 hier weg! Wunderbar! Wunderbar! Mach's da auch nochmal Overwatch! Scanne jetzt! Eingraben! Da kommen sie! Hab sie im Visier! Hab noch Munition! Keine Munition mehr! Lasst uns in ein paar Ärsche treten! Äh... Vernichte die fällliche Verstärkung. 24% sehe ich gerade. Okay. Dann... Warten wir einfach mal bis sie kommen, he? Bin dran! Verstanden! Du musst nachladen! Nachgeladen! Ich hör zu! Bin dran! Gibt's hier eigentlich neuere Kiste? Ne, ist jetzt zumindest keiner. Ah, du musst nachladen. Lade nach! So... Ah, du kannst sogar jemanden treffen mit 71%! Na dann! Komm gleich nochmal! Schön! Netter Versuch! Mischen wir sie auf! Natürlich ist schlecht! Bereit für mehr! Oder was? Ich denke, das war noch ein Wichter! Was hab ich gebraucht? Ja, ja, ja! Shit! Nur noch eine Kugel! Oder nimm's für ihn! Ich höre! Kannst den weghauen! Oh! Lade nach! Speer meldet sich! An mir kommt niemand vorbei! Bereit machen für den Angriff! Guck mal rein! Jetzt sind wir dran! Den musst du machen! Mach mal ernsthaft, der trifft aber! Aber hart! Das waren alle! Und jetzt? Was ist hier passiert? Ukon vernichtet die Aufräumtrupps! Beim Trotz! Was zum... Immulsion? Er hat nicht alle getötet! Schleifspuren! Sicher, dass sie noch leben? Die Toten treten nicht! Wenn wir Glück haben, wird Taktik kommen, sie orten! Mhm! Und da sind sie ja! Los! Oh! Akt 1 Kapitel 2 abgeschlossen! Noch einige Kisten eingesammelt würde ich sagen! Schön! Level 3! Ah! Schon Level 2 geworden! Bei den Kits, die er gemacht hat! 17! Da gerade mal 4! Gut! Das war's mit Akt 1 Kapitel 2! Würde ich sagen! Zweite Folge ist wieder zu Ende! Klasse Waffenexperte ist jetzt verfügbar! Okay! 4 Kisten! Wie ich die Belohnung aufmache und mich neu ausrüste, das sehen wir dann in der nächsten Folge! Würde mich freuen, wenn ich das nächste Mal wieder einschalte! Wenn es heißt, Gears Tactics mit eurem Dubsee auf DGV! Bis zum nächsten Mal! Haut rein!